Yo Leute, willkommen zu einem etwas anderen Video, bevor ihr abschaltet. Moment, Moment, wartet, es ist kein Minecraft, ich weiß, aber auch für alle, die kein Minecraft gucken, es wird euch interessieren. Ich sag's euch, nämlich, ich hab einen Weg gefunden. Ich hab mir ja das neue Call of Duty gekauft, ne? Und ich hab einen Weg gefunden, wie man es doch spielen kann. Und dieser Weg nennt sich der Laser. Und was dieser Laser macht, das zeig ich euch jetzt. Und zwar gibt es ja in diesem Spiel den Laser, welcher unendlich Munition hat, welcher einfach die ganze Zeit rumballern kann. Natürlich überhitzt er dann, aber dafür kann man ihn dann einfach auslüften und fertig ist. Und im Prinzip hat er unendlich Munition. Was jetzt hier das Ding ist, du kannst einfach in der Luft die ganze Zeit rumgleiten, abfacken und diesen Laser punktgenau auf die Erde richten. Da er auch aus der Hüfte unendlich Genauigkeit hat. Du kannst mit einem Perk rennen und dabei die ganze Zeit schießen. Ich mein, wie heftig ist das denn? Und genau deswegen mach ich das. Weil eigentlich ist dieses Spiel relativ in Ordnung, aber es hat halt einfach diese unglaublich heftigen Balancing-Probleme, wo einfach eine Waffe extrem krass ist. Und das ist halt eben diese hier. Und jede andere Waffe ist absoluter Bullshit, meiner Meinung nach. Man kann nix anderes machen, außer halt sterben mit den anderen Waffen. Und deswegen spiele ich auch nur noch diesen Laser. Und so lange, bis die das nicht endlich raffen, die Entwickler, dass man ihr Spiel fertig gebalanced auf den Markt bringen soll, so lange spiele ich das auch. So lange, bis das gepatcht ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, es wäre doch lustig, wenn alle, wenn alle Leute auf diesem ganzen Planeten, wenn alle Menschen in COD Advanced Warfare nur so asozial und behindert spielen wie ich. Also das heißt, Laser raus, rumhüpfen und die ganze Zeit alle Leute damit wegfetzen. Guckt's euch an! Guckt's euch an! Und deswegen möchte ich, dass ihr dem Laser Squad joint und einfach die Klasse, die ich hier einblende, kopiert und dann damit die ganze Zeit die Leute abfuckt, in den Chat schreibt, join the Laser Squad oder irgendwie sowas. Einfach nur, damit die Entwickler merken, alter, unser Spiel ist echt nicht fertig. Und dass sie das endlich mal hinkriegen, das richtig zu balanced sind und dass genau solchen Leuten, genau solchen Leuten wie ich, die das dann halt eben ausnutzen und dann daran ihren Spaß haben, dass das dann halt eben nicht funktioniert und man ganz normal wieder wie früher COD spielen kann, ohne eben dieses Ganze mit dem Laserzeug, dieses Rumgehüpfe, dieses Rumgestrafe und so. Das kann einfach so nicht weitergehen. Deswegen möchte ich halt eben, dass man halt dementsprechend so darauf aufmerksam macht, dem Laser Squad einfach eine Chance gibt, einfach den Laser Squad in euer Herz einschließen und wie ein asozialer Penner rumhüpfen und alles zerstören. Wenn ihr Bock habt, dem Laser Squad beizutreten, dann findet ihr die Steam-Gruppe in der Beschreibung. Ihr könnt natürlich auch einfach so euren Clan-Tag ändern in Laser, dann wissen alle Bescheid. Wenn ihr das Spiel noch nicht habt, dann gibt es das in der Beschreibung für den halben Preis zum Kaufen. Ich denke mal, das ist auch relativ vertretbar, da muss man nicht die 70 Euro ausgeben, sondern kann stattdessen einfach 30 Euro ausgeben. Das ist, denke ich mal, auch ein bisschen fairer, dementsprechend, weil das Spiel auch nicht fertig ist. Ja, und ich würde sagen, ich hoffe, dass das mit dem Laser Squad irgendwas wird. Ich hoffe, dass viele genauso asozial spielen werden wie ich. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!